Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Das ist ein Gegner, den man auch schlagen kann und auch müssen. Das brauchen wir auch für das Selbstvertrauen, damit wir stärkere Gegner in Angriff nehmen können. Ich glaube, das haben wir gezeigt. Vor dem Heimpublikum ist das noch umso besser und da steigt die Vorfreude immer mehr für die EM. Als Trainer will man natürlich immer noch mehr, wenn man sagt, die Mannschaft ist zwar parat, aber vielleicht wäre es ein paar Prozent gegangen. Aber wenn ich es vergleiche mit diesen Smugglingen, sind wir drei, vier grosse Schrittfarben gekommen. Also heute, vor allem im Block, haben wir das gut gesehen. Wir haben sehr viele Blockpunkte gemacht, gut geschlossen. Und dort haben wir die Universiade, da sind wir dort rumgesegelt. Und heute haben wir sehr viele Punkte gemacht, dort haben wir einen riesen Schritt gemacht. Und ich glaube, von der Seite her, wo wir haben, die ist begrenzt. Und von der Mitte, die wir haben, die sind auch begrenzt, würde ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg und sind wir nah dran an dem. Und wir hoffen, wir haben noch eine Woche Zeit. Wir sind alle ein bisschen hibbelig, glaube ich. Wegen dem haben wir vielleicht auch den zweiten Satz so passiert. Aber es ist ein mega schönes Gefühl, mit so einem Sieg zu gehen. Ich glaube, wir freuen uns einfach riesig. Wir wollen jetzt Videos schauen, wir wollen die Gegner wissen und dann kann es losgehen. Hoffentlich geht es nicht zu lange. Aufmerksamkeit. Auch wenn sie in der zweiten Satz socken. Auch wenn sie jetzt in der zweiten Satz socken, einmal aufgelastet. Ich bin der dritte. Und wenn sie jetzt in der zweiten Satz socken, sie sind nicht immer wieder, mit dem sie in der zweiten Satz socken. Also haben sie hoffentlich jemanden.